Im Jahre 2000 Anno Domini, so belegen es die alten Schriftrollen aus den Geheimarchiven des Vatikans, wird er im Vorfahren, der namenlose Fürst der Dunkelheit. SORTON! SORTON! Und sie stürzten ihn hinab und er fiel, fiel, volle Kanne auf die Fresse und das tat weh und stinkesauer rief er in den Staub. SORTON! SORTON! Heute ist das Ende aller Tage! SORTON! 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 Denkt dran, wenn ihr heute Nacht einschlagt, dann liege ich unter deinem Bett. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020